Nun darf ich Ihnen zwei junge Männer präsentieren, die in ihrer ganz eigenen Liga spielen. Sie gelten als Meister des Minimalismus, vernichteter Rockmusik und Totengräber des Kabarettes. Hier sind anachrichtig und merkwürdig wie immer Christoph und Lollo aus Wien. Dankeschön. Ja, Dankeschön. Ja, ich glaube, ich kann für uns beide sprechen, auch uns ist es eine ganz, ganz große Ehre, hier im Schlachthof spielen zu dürfen. Ja, aber andererseits, wir haben auch nichts anderes vor heute. Ja. Ich habe leider von der Begrüßung nichts verstanden, irgendwas mit anarchisch. Besser als das andere, weißt du, es klingt ähnlich. Wurst. Ja, die haben uns jetzt so lange warten lassen, jetzt sind wir doch nervös. Vorher haben wir uns besoffen und so, damit das nicht stattfindet und jetzt ist es doch passiert. Wir hatten vorher größere Gläser, aber die haben sie uns nicht auf die Bühne tragen lassen. Du hast ja eine Vermutung geäußert, es liegt daran, dass Löwenbräu auf den anderen Gläsern steht. Ich glaube, es wird da nicht so gern gesehen. Ja, entschuldigen Sie bitte, unser Lied ist aber auch nicht besser, sage ich gleich. Und wir werden es jetzt ein bisschen langsamer spielen, damit man es auch versteht. Ja. Und die Art und Weise, wie dieses Lied komponiert worden ist, ist nicht von Monty Python, sondern schon früher gewesen. Ja, das habe ich heute gelernt. Wir sind eine coole Band und Touren in der Welt herum, haben ein treues, zahlungskräftiges und junges Publikum. Wir haben T-Shirts und CDs und ein großes Repertoire. Ja, eigentlich läuft's bei uns ganz wunderbar, doch in einem Punkt, da haben wir bis jetzt immer verloren. Wir hatten noch niemals Sponsoren. Sponsoren, 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 Sponsoren. Und über Kinderarbeit und so weiter reden wir nicht mehr, denn euch so zu hintergehen, das wäre ziemlich unverfroren. Und wir hätten euch so gerne als Sponsoren, 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 Sponsoren. Und die Energy-Trink-Erzeuger, wir verachten euren Saft. Das Zeug ist teuer, süß und unnötig und ersthaft ekelhaft. Das rühren wir frei, wie liegt nicht an, mit dem Geruch kann man uns jagen. Doch wenn ihr euch erkenntlich zeigt, könnten wir ganz was anders sagen. Ja, wir würden euer Gschloder auf der Bühne saufen, kein Problem, wir sind ja Musiker. Und kann man einfach kaufen und schon träufeln wir den Menschen eures Logens in die Ohren. Oh, wir bräuchten euch ganz dringend Sponsoren, 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 Sponsoren. Also ihr Leute aus der Wirtschaft, lasst uns bitte nicht allein. Wir bauen auch gerne eure Slogans in unsere neuen Texte ein. Und wenn ihr wollt, dann wir unser Styling oder unseren Sound und euer Logos stellen wir auf unser MySpace-Account. Für schnell verdientes Geld haben wir schon Schlimmeres getan. Ruf doch bitte auf der Stelle unseren Manager an, dann müssen wir uns jetzt nicht länger in eure Afterheim einbohren. Sponsoren, 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 Sponsoren. Ich hoffe, es stimmt schon. Ab Herbst, das ist also die Jahresendzeit, spielen Christoph und Lollo ihr Programm, Hitler, Huhn und Hölle, wieder regelmäßig Münchner vereint sein mit der Orkampstraße, also lasse ich das nicht entgehen. Meine Lieben Schramm, die Schwestern, die Zeit ist leider vorbei.